Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video über das angenommene Mauer-Gambit. Das ist eine Waffe für Weiß gegen die Sizilianische Verteidigung und entsteht nach D4 und C3. Man opfert eben diesen Bauern, um eine schnelle Entwicklung zu kreieren, Linien zu öffnen, aktives Figurenspiel. Das sind so die Hauptideen für Weiß. Und dieses Gambit hat einen sehr gefährlichen Ruf in Amateurkreisen und das absolut zu Recht. Denn Weiß hat eine sehr schnelle, sehr gefährliche Initiative mit unglaublich vielen Tricks und Falschstricken unterwegs. Und genau darum geht es. Die wollen wir uns heute angucken. Und was so die Ideen sind für Weiß, welche Figur wohin gehört, welche Tricks hier so lauern. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Nun, das Mauer-Gambit ist auch deswegen so beliebt, weil Weiß einen relativ klaren und einfachen Plan hat, wohin er seine Figuren entwickeln möchte. Und hier haben wir mehr oder weniger, so immer so schematisch ein bisschen, immer vorgegebene Felder. Ja, dass die Springer nach C3 und F3 gehen, ist klar. Der Laufer nach C4 ist wunderbar, weil er F7 angreift. Die Dame geht oft nach E2, um die Türme zu verbinden. Und die stellen sich eben nach D1 und C1, um hier schön auf der D- und der C-Linie entsprechend Druck zu machen. Gerade auch mal in Verbindung mit E4, E5, dass hier irgendwelche Hebel für Öffnung der Linien benutzt wird. Dieser Laufer F4, der könnte auch manchmal auf D5 stehen, aber grundsätzlich auch auf F4, um Richtung D6 oder auf dieser Diagonale allgemein zu wirken. Und dann im Zusammenspiel mit dem Springer vielleicht mal hier irgendwelche Drohungen aufzustellen. Und auch mit dem Turm und so weiter. So, das ist so einer der Vorteile der weißen Struktur und der weißen Stellung, dass man so schemamäßig immer die gleichen Züge machen kann und dadurch relativ schnell spielen kann. Der Nachteil könnte dann aber auch sein, dass man zu schematisch spielt und zu schnell spielt und vielleicht die ein oder andere Falle übersieht. Gut, und da fangen wir jetzt mit an und wir überlegen mal, welche Fallen und welche Tricks und Tipps gibt es hier so alles. Und da fangen wir mit dem Läuferopfer, mit dem Läufer-Einschlag auf F7 an. Nun, in unserem ersten Beispiel, da fangen wir von vorn an, um den Wiederholungseffekt zu steigern, C3, D-C und Springer C3. Alles klar. Schwarz spielt A6, das gehört durchaus zu den Standardzügen. A6, D6, D6 sind so Standardzüge der schwarzen Bauern und dann die Springer raus. Und da gibt es verschiedene Reihenfolgen, verschiedene Feinheiten und das Risiko liegt quasi immer so ein bisschen bei Schwarz von der Reihenfolge. Und zum Beispiel, wir spielen natürlich Läufer C4, weil wir grundsätzlich den Läufer auf dieses Feld spielen wollen, und jetzt könnt ihr schon Schwarz B5 spielen und das wäre schon ein Fehler. Und jetzt haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten. Wir haben mit Weiß die Option, jetzt hier schon dieses Läuferopfer auf F7 zu spielen. Denn die Idee ist, nach dem Schlagen spielen wir Dame D5 Schach und wir greifen den Turm auf A8 an und schon gewinnen wir Material. Jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen. Die einzige Hoffnung, die Schwarz hier haben kann, ist, dass die Dame hier oben vielleicht mal so ein bisschen eingesperrt wird. Und das könnte man zum Beispiel mit dem Zug Dame zu 7 überlegen. Jetzt droht vielleicht hier einfach sowas wie Läufer B7 und die Dame mal einzusperren. Respektive erst den Springer raus und dann Läufer B7. So was. Muss man ein bisschen aufpassen, aber keine Sorge, das geht alles für Weiß. Wir spielen den Zug Läufer E3, der das Feld A7 hier sichert und damit die Dame quasi rausbringen kann. Wenn Schwarz jetzt Läufer B7 spielen würde, kämen wir hier entsprechend über das Feld B6 wieder raus. Wenn nach Läufer E3, wenn jetzt aber der Springer zuerst zöge und nach Springer F3 kann Schwarz eben den Zug Läufer B7 gar nicht spielen, denn dann hätten wir diesen Zug Springer G5 mit Schach. Und der König muss ja immer so ein bisschen an dem F8 dranbleiben. Und nach König E7, Läufer C5. Ja, ist schon quasi alles vorbei. Die Dame droht jetzt hier auch noch zu schlagen. Schwarz kann jetzt nur noch D6 spielen und dann kommt dieses Opfer auf D6 zur Ablenkung. Schlägt die Dame, hängt der Läufer. Schlägt der König, hängt der andere Läufer. Und wenn der Läufer hier schlägt, dann hängt der. Kann man sich aussuchen. Und ansonsten kommt auch Dame, schlägt F8. Und Weiß hat so oder so eine Gewinnstellung. In unserem zweiten Beispiel spielt Schwarz nach D6. Wir spielen Springer F3, ein ganz normaler Entwicklungszug, ein Standardzug, so wie wir ihn kennen. Und auch Läufer C4 ist ein ganz normaler Zug. So, und jetzt müssen wir schon schauen. Schwarz möchte Läufer G4 spielen. Das ist ein scheinbar vernünftiger Zug, denn durch die Festung der Springer F3 versucht Schwarz die weiße Aktivität einzudämmen. Aber ein Läufer auf G4 ist grundsätzlich immer ein Signal, zumindest mal zu gucken, ob nicht dieses Läuferopfer auf F7 geht. Ganz besonders dann, wenn der Läufer auf G4 ungedeckt ist. Denn durch dieses Opfer und dann Springer G5 Schach, haben wir einen Abzugs-Schach und die Dame kann im nächsten diesen Läufer hier schlagen. Weiß hat sein Material zurückgewonnen. Schwarz hat das Rochraderecht verloren. Weiß steht hier sicherlich sehr, sehr gut. Und wenn euch dieses Video gefällt und ihr möchtet mich und meinen Kanal unterstützen, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ja, ich freue mich. Danke. Eine zweite Möglichkeit ist, wenn nach Springer F3, Springer C6, wenn nicht Springer C6 kommt, sondern wenn hier sofort Läufer G4 kommt. Wir spielen natürlich Läufer C4, ganz normal. Urentwicklung. Jetzt droht wieder Läufer F7, so wie wir es gerade hatten mit der Idee Springer G5. Was aber passiert, wenn Schwarz jetzt hier Springer F6 spielt und jetzt deckt dieser Springer den Läufer? Aber, ich habe es hier schon mal eingezeichnet, wir haben mit Weiß verschiedene Ideen. Dame B3 wäre schon sehr gut, weil der Angriff auf den B7 und auf den F7 vorhanden ist. Aber, so klassischer, typischerweise wäre hier so der Zug Läufer F7, der auch schon sehr gut ist. Und zwar hat er immer ein taktisches Motiv, nämlich, dass diese Dame hier auf D8 ungedeckt ist. Auch hier der König schlägt und dann haben wir Springer E5 Schach und wir sehen eben, dass dieser Bauer D6 hier nicht schlagen kann auf E5, weil da oben die Dame auf D8 ungedeckt steht. Und ja, wenn der König jetzt einfach wieder wegzieht, dann schlagen wir auf G4 und jetzt haben wir auch hier wieder unser Material zurückgewonnen. Der schwarze König kann nicht mehr rauchieren, während unser noch rauchieren kann. Und ja, wunderbar, Weiß steht, mit großem Vorteil da. Das heißt, nach E5, jetzt können wir mal gucken. Genau, statt Läufer F7 hätten wir noch E5 als Alternative zumindest. Die Idee ist auch wieder, diesen Springer hier anzugreifen. Wenn der Bauer hier schlüge, dann sehen wir wieder den Klassiker-Lauf versteckt F7, denn wir sehen, der König muss an die Verteidigung der Dame oder müsste decken, aber wird ja abgelenkt und dann wäre die Dame wieder weg. Ein alter Klassiker. Ähm, wenn Schwarz hier aber zwischen tauscht auf F3, jetzt hängt immer noch der F6, aber auch der B7 zum Beispiel. Nach dem Schlagen der B7 und Läufer G5 hat Weiß hier auch eine überragende Stellung. Der Läufer droht auf F6 zu schlagen. Der Springer F6 ist einer der Verteidiger des Feldes D7. Und weil wir grundsätzlich ganz viel mit unserem Läufer auf B5, auf dieser Diagonale arbeiten können und wollen, schauen wir uns mal eben ein Beispiel an, wenn Schwarz jetzt hier zum Beispiel H6 spielt. Dann würden wir den einfach rausnehmen und Läufer B5 Schach eben entsprechend spielen können und durch Läufer D7 die Dame hier ablenken vom Turm. Aber jetzt hat Schwarz ein bisschen mitgeholfen, aber hier haben wir mal die taktische Thematik erkannt. Okay, das war das zweite Beispiel zu diesem typischen Läufer schlägt F7. Hier muss Schwarz schon sehr höllisch aufpassen, gerade wenn der Läufer auf C4 steht. Gerade ein ungedeckter Läufer auf G4 ist einfach nicht gut. Und in diesem Beispiel haben wir jetzt schon so ein bisschen angeteasert die nächste Rubrik, nämlich der Durchbruch E4, E5. Das Muster mit E4, E5 oder der Durchbruch mit E4, E5 ist ganz besonders dann effektiv, wenn Schwarz einen Springer auf F6 hat. Denn dann würde der Vorstoß E4, E5 das Tempo gegen den Springer F6 haben. Und das ist zum Beispiel in dieser Reihenfolge der Fall, dass wir hier mit E5 spielen können. Und Schwarz hat ein Problem, denn er kann diesem Bauern nicht schlagen. Denn dann kommt der typische Indianertrick. Läufer schlägt F7 und wieder gesehen, der König muss die Dame gedeckt halten, kann es aber nicht wegen der Ablenkung. Und die Dame geht verloren. Das wäre schon ganz schlecht. Und auf E5, ja was hat Schwarz für Alternativen? Er hätte die Alternative, den Springer wegzuziehen. Wir sehen, der Springer ist hier gedeckt vom Läufer. Und ermöglicht jetzt aber für Weiß ein Standardmanöver, würde ich es mal nennen. Nämlich den Zug E5, E6. Und damit wird, das kennen wir von den Hemmen und Blockadeopfern, von verschiedenen Videos. Dieser Bauer auf E7 wird gehemmt, kommt erstmal so schnell nicht vorwärts. Zum Zweiten wird auch die Verbindung von dem Läufer C8 zum Springer G4 unterbrochen. Und wir haben das Problem, dass, ja was soll Schwarz machen? Er kann nie auf E6 schlagen, mit dem Bauern nicht, weil dann der Springer hängt. Und er kann aber auch nicht mit dem Läufer schlagen, weil wir dann den Läufer tauschen. Und auch dann wäre der Springer wieder ungedeckt. Das geht also alles nicht. Und dann bleibt ja nur ein Springerzug. Zum Beispiel nach E5, um der Bauer hier selber seinerseits ja auch auf F7 zu schlagen drohte. Und nach diesem Schlagen könnte der Springer jetzt immerhin zurückschlagen. Okay, aber dadurch haben wir auch immerhin erreicht, dass dieser Läufer eine verlängerte Diagonale hat. Die weißen Fehler sind natürlich super schwach jetzt im Schwarzen Lager. Und wenn wir uns normal weiterentwickeln, jetzt sehen wir einfach, unser König ist bereits in Sicherheit, während der Schwarze noch hier hängt. Und nach Dame B3 ist auch die Frage, ob der König jemals aus der Mitte rauskommt. Denn wir drohen nicht nur den F7 anzugreifen, sondern wenn der hier hochiert, kommen wir zu Springer G5. Und Schwarz kann das jetzt hier gar nicht mehr abwehren mit E6, weil der Springer natürlich auch noch hier drauf steht und so weiter. Und dann würde Schwarz schon Material verlieren. Ja, und da sehen wir, wie schnell und wie einfach das gehen kann, dieser Hebel E4, E5, besonders wenn der Schwarze Springer auf F6 steht. Da habe ich noch ein zweites Beispiel zu mitgebracht. Auch hier fangen wir wieder von vorne an. Auf C3. So, E7, E6, Läufer C4. Jetzt spielt Schwarz erstmal Springer C6. Okay, Springer F3. Und jetzt spielt der Springer F6. Und auch das hier ist etwas verfrüht, denn hier auch gibt es die taktischen Möglichkeiten, mit E4, E5 Verwirrung zu stiften. Denn wieder greift dieser Bauer den Springer an. Und Schwarz kann diesen Bauern, diesen Vorlauten und diesen frechen Bauern quasi nicht schlagen. Wenn er den mit dem Springer schlüge, tauschen wir den Springer. Und haben dann das bekannte Motiv, Läufer F7, weil der König hier wieder abgelenkt wird. Das kennen wir. Und wenn der Bauer schlägt, das ist etwas besser. Dann kommt aber der völlig überraschende Zug. Da haben wir schlägt der Acht. Und jetzt hat Schwarz das Problem, um die Rohhaden nicht zu verlieren, muss er mit dem Springer schlagen. Okay, wir könnten jederzeit hier auf E5 diesen Bauern zurückbekommen. Hätten dann schon drei Figuren im Spiel. Aber der Zugspringer B5 ist hier viel, viel stärker. Denn wir haben sofort die Drohung der Gabel auf C7. Und ja, wie soll Schwarz die abwehren? Hier könnte er zum Beispiel schon wieder fehlgreifen, indem er mit dem Springer nach E6 zieht. Weil der Springer ja vermeintlich dieses Feld hier deckt. Aber dann können wir diesen Verteidiger entfernen und mit Springer C7 entsprechend den Turm hier einsammeln. Das geht schon mal nicht nach Springer B5. Etwas trickreicher ist der Zug Läufer E6. Aber der funktioniert auch nicht. Auch hier haben wir wieder diese Gabel mit dem Turm gewinnen. Und Schwarz dachte sich, okay, ich kann ja hier dafür wenigstens diesen Läufer gewinnen. Und wenn ich jetzt hier in irgendeiner Form diesen Springer auf A8 gewinne, ist alles gut. Unglücklicherweise hat Weiß hier diese Gabel auf E5 jetzt. Und der Läufer auf C4 geht auch noch wieder verloren. So, wir sehen, alles nicht so einfach nach Springer B5. Bleibt fast nur noch so ein Zug wie Turm beachtet, um aus der Fesslung, aus dieser Gabel rauszugehen. Aber jetzt schlagen wir hier auf E5 und wir sehen, die schwarzen Figuren stehen alle sehr unharmonisch da hinten rum. Und das ist schon trickreich. Wenn zum Beispiel so ein Zug wie der Bauer auf A7 würde auch hängen. Und wenn der hier einfach fortzieht, dann droht hier nicht nur ein Schach. Sondern weil der Springer jetzt hier auch noch dieses Feld kontrolliert, wäre es sogar ein Matt. Ja, und da beginnen so die Probleme für schwarz. Was hat der hier noch für Züge? E7, E6. So eine der Züge, um sich hier ein bisschen Platz zu machen. Aber das sieht natürlich nicht schön aus. Der König auf E7 versperrt den Läufer. Und hier kann Weiß auf verschiedene Arten, zum Beispiel mit B3 und Läufer A3, Matt-Ideen aufbauen. Aber auch so ein Zug wie Läufer E3 ist sehr gut, weil der A7 hängt und dann würde der Turm ja eingesperrt sein. Weil der Turm ja hier gar nicht hin kann, wegen dem Springer. Also was auch immer Weiß hier zieht, er steht sicherlich sehr gut. Und nebenbei droht jetzt hier auch noch der Läufer nach C5 nicht nur Schach zu geben, sondern auch noch ein Matt zu geben. Alles hochkompliziert für Schwarz. Nach Springer C6 machen wir die lange Rochade und wir sehen, alle weißen Figuren spielen mit. Die D-Linie ist, ja, der weiße Turm kontrolliert die Felder. Der König ist eingesperrt. Die schwarzen Figuren kommen nicht zur Entwicklung. Und zu allem Überfluss kann Schwarz jetzt hier auch noch nicht mal diesen Springer schlagen, weil dann wieder Läufer C5 mit Matt folgen würde. Ja, ihr seht, selbst wenn das Matt vielleicht nicht forciert ist, aber die Stellung ist einfach super blöde zu spielen für Schwarz. Mit dem König in der Mitte und eine völlige Disharmonie. Also dieser Vorstoß E4, E5, gerade besonders nach einem sehr frühen Springer F6 in Verbindung mit Läufer F7, was wir eben ja auch schon hatten. Ihr seht, das hängt ein bisschen zusammen. Das ist sehr, sehr gefährlich für Schwarz. Die nächste, nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau von Schwarz mit G7, G6. So, wir fangen wieder von vorn an und nach Springer C3, Schwarz aus Springer C6 und dann kommt eben dieses G6. Und hiermit möchte er seinen Läufer 4 entchettieren. Das kennen wir von Drachenvarianten oder ähnlichen Sachen. Okay, kann man machen, ist aber nicht ganz so einfach. Weiß spielt Springer F3, Entwicklungszug, Läufer G7 und jetzt kommt ein Schlüsselzug, den sollen wir uns merken. Er hängt in Verbindung mit dem, was wir eben hatten, nämlich den Zug E4, E5. Der Bauer verhindert, dass der Springer sich ganz normal entwickeln kann. Und das bringt schon so ein bisschen Chaos in die schwarze Entwicklung rein. Jetzt könnte man sich fragen, Moment, hängt der Bauer nicht? Und da lautet die Antwort, nein. Denn wenn Schwarz diesen Bauern hier schlägt, schlagen wir und der Läufer schlägt. Und jetzt verbinden wir wieder Manöver Nummer 1, nämlich Läufer schlägt F7. Weil wir hier mit Dame D5 dieses Schach haben, den Läufer auf E5 angreifen und auch gewinnen. Warum gewinnen? Denn er kann hier nicht mit dem König auf F6 gehen und diesen Läufer decken. Dann würde der König rausgezogen und einfach nicht mehr zurückkommen. Springer E4 Schach. Und ja, jetzt kann der König noch zurückgehen, aber dann hätte er schon ein Tempo verloren. Wenn er hier versucht, den zu behalten, folgt der Zug G2, G4. Und wir sehen, der Läufer tut sein Übriges. Rückzug gibt es nicht mehr. Es geht nur nach vorne und da werde ich ja 100 pro matt gesetzt. Zum Beispiel durch Turm G1. Und der König hat ein Problem. Nach F5 kann er nicht wegen Turm G5 matt. Und wo kann er noch hin? Nach H5. Dann ist Dame D1. Und wir sehen hier zwei schöne Diagonalen, die den König jagen. Und Dame G4 setzt sich hier auch schön matt. Ihr seht, da gibt es sicherlich noch mehr Varianten. Dann aber nach. Dame E5 Schach. Den König hier raus. Ja, das ist keine gute Idee für die Sicherheit des Königs. E7, E6 ist eine Möglichkeit. Und wir spielen Dame E5. Greifen den Turm hier schon an. Was entwickelt sich? Und jetzt haben wir hier so eine ganz normale Stellung, wo wir jetzt noch gar keinen matt haben. Aber wir haben nur in Anführungsstrichen einen Bauern weniger. Der König steht hier aber im Zentrum. Und vor allem haben wir den schwarzfelderigen Läufer. Das haben wir schon öfter, dass diese Löcher auf den schwarzen Feldern, auch wenn es gar nicht auf den ersten Blick offensichtlich erscheint, aber diese langfristigen Wirkungen, diese langfristigen Schwächungen, die kann schwarz eben nicht mehr reparieren. Und als Beispiel mal all diese Fortsetzungen hier, dass der Turm kommt raus, damit der König sich mal wieder in Sicherheit bringen kann. Aber wir sehen, der Läufer baut diese Fesslung auf und schwarz hat Schwierigkeiten, zur Entwicklung zu kommen. Denn auch hier wieder die weißen Türme ins Zentrum gestellt. Hier in dem Fall sogar auf D1 und auf E1. Und dieser Turm schwenkt, der ist hier drin. Ihr seht, die Praxis zeigt, dass schwarz hier, er wird mit Händen und Füßen sich wehren müssen, um vielleicht eine Überlebenschanze zu haben. Aber auf den schwarzen Feldern, sobald der König wieder hier steht, droht wieder hier was. Und rein in der Praxis ist das einfach super, super unangenehm zu spielen. Denn schwarz ist so ein bisschen verknotet und die weißen Figuren, eine nach der anderen, kommt jetzt dazu, auch auf den schwarzen Feldern vielleicht mal. Irgendwie auch immer. Und da gibt es Beispielpartien zu. Die Stellung ist einfach schon deutlich, deutlich stärker, als das Materialverhältnis aussagt. Und diesen Bauern auf E5 zu schlagen, ist super riskant. Was aber ist, wenn er den nicht schlägt? Schauen wir uns mal ein weiteres Beispiel an. Wir wiederholen wieder die Züge. Für Lerneffekte. Läufer C4, G7, G6, F3 und Läufer dahin. Und wir spielen diesen Zug E5. Jetzt haben wir gesehen, diese Annahme hier ist gefährlich. Was aber passiert, wenn der Springer jetzt hier einfach sich entwickelt und sagt, komm, ich mach die Rochade und dann ist gut. Aber auf H6 steht dieser Springer eben auch nicht sonderlich glücklich. Weiß kann hier auch hier und jetzt ist dieser Bauer E5 taktisch gedeckt. Denn wenn der Springer schlagen würde und dann hier der Läufer diesen Springer schlägt, dann ist eben jetzt der Springer auf H6 ungedeckt. Und da ist dieser Bauer unbekömmlich auf E5. Alles klar. Aber schwarz auch hier, so wie Plan. Und weiß spielt Läufer F4. Und jetzt unterstützen wir diesen Bauern. Und jetzt drohen wir vor allem auch noch, da mit D2 zum Beispiel zu spielen. Und das nächste Tempo auf H6. Und dann mit den Türmen wieder ins Zentrum. Und wir sehen hier so eine kleine Abweichung von den üblichen Schemata. im weißen Aufbau. Aber das liegt eben daran, dass wir uns auch den Gegebenheiten anpassen müssen. Und schwarz hat hier eben mit Springer H6 sehr merkwürdig gespielt. Und er kriegt diesen Springer auch nicht so richtig von der Ecke weg. Wenn er zum Beispiel nach Springer F5 spielt, wir sehen, er hat hier keine weiteren Stützpunkte im Zentrum. Wir können ihn sofort mit G4 wieder zurückdrängen. Und der Springer kommt einfach nicht weg. Jetzt droht damit D2. Kann er sich nur noch retten, indem er den König wegzieht und den Springer zurückzieht. Und ja, allein der optische Blick auf die Stellung reicht natürlich aus, um zu sehen, dass weiß alle Figuren hier zentralisiert hat, im Spiel hat. Und schwarz im Grunde fast gar nichts. Und hier einfach mal ein kleines Beispiel aus der Partie Master of Mayhem. Ist das eine Anspielung auf Essermann? Weiß man nicht. Und wir schauen mal die Partie, um einfach einen Eindruck dazu zu bekommen, wie schwer es ist für schwarz, sich zu entwickeln. F6 versucht hier diesen Bauen zu entfernen, aber alle weißen Figuren stehen voll im Saft. Und auch dieser Tausch führt zu taktischen Verwicklungen, sodass schwarz hier in der Partie schon sich genötigt sei, die Qualität zu geben. Denn der Zug Springer E5 ist jetzt auch nicht wirklich viel besser. Jetzt wird dieser Verteidiger vielleicht hier weggetauscht und schwarz kommt hier es ist unglaublich schwierig. Er hat nichts entwickelt. Also das ist zumindest Kombination. Vielleicht führt das nicht sofort zum Matt oder zum direkten Materialgewinn. Aber wir haben ein sehr druckvolles Produktionsspiel hier. Und wenn schwarz hier die Qualität gibt, dann nehmen wir die auch. Jetzt können wir die auch wieder zurückgeben. Und dann haben wir im Grunde so eine ähnliche Stellung, wie wir sie gerade hatten. Wenn schwarz diesen diesen Läufer hier abgibt, diesen Verteidiger des Königs auf den schwarzen Feldern wieder geschwächt ist, die Bauern hier schwach sind, alle Figuren unentwickelt, in der Partie folgte D6 und ging der Turm zurück, hatte weiß schon die Qualität mehr. Immerhin der König ist halbwegs sicher, aber die Partie ist ja trotzdem klar vorteilhaft für weiß. Ja, wir haben gesehen, das mit diesem Läufer G7 ist nicht so ganz einfach. Es ist ein bisschen, dass etwas ungewöhnliche Stellungen entstehen. Aber wir müssen uns eben auch merken, dass wir hier mit diesem Zug E4, E5, diesem Schlüsselzug, die Koordination im schwarzen Lager schon stören können. Ja, wenn wir uns den merken, haben wir sicherlich schon ein sehr angenehmes Spiel. Das nächste Kapitel wird sein, wenn Schwarz frühzeitig mit E7, E5 spielt. Nun, der Aufbau mit E7, E5 aus schwarzer Sicht ist von Haus aus sehr, sehr kritisch zu betrachten. Denn ich weiß ja, dass weiß einen Läufer nach C4 stellen wird und damit diese Diagonale angreift, den Punkt F7 zum Beispiel. Und durch dieses E7, E5 hat Schwarz eben nicht mehr die Möglichkeit, mit E6 diese Diagonale zu blocken. Das ist natürlich super riskant. Ich habe es auch in meiner eigenen Praxis schon erlebt. Es kommt immer vor. Scheinbar ist dieses E7, E5-Gen doch irgendwo in den Spielern verankert, ja, am Bauern ins Zentrum zu stellen. Aber das ist riskant. Und worin die Risiken liegen, sehen wir, dass weiß hier sehr schnell zum Beispiel mit Läufer, damit diese Batterie aufbauen kann. Und, so, wie sollen wir den decken? Springer H6 scheidet schon aus, deswegen Läufer steckt, H6. Jetzt kann ich halt nicht, oder ich müsste zurückschlagen, aber dann wäre eben dieser Bauer weg. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn für Schwarz. Bleibt also nur noch ein Zug wie Dame E7, um den hier zu denken. Dann haben wir aber die Möglichkeit, Springer D5 wieder mit Tempo zu spielen. Das Feld B4 ist gedeckt, so dass die Dame von E7 hier keine Entlastung und kein Abtausch herbeiführen kann. Ja, und jetzt haben wir schon Probleme, denn, was soll Schwarz groß machen? Er könnte, und das ist der Hauptzug hier, Springer D4, ein Gegenangriff gegen unsere Dame starten. Okay, das kann er machen. Wir ziehen unsere Dame weg und dann zieht auch der Schwarze seine Dame weg. Hält den D4 nochmal gedeckt. Aber wir entwickeln uns und jetzt sehen wir schon, Schwarz hat in der Fesslung drin, der Turm könnte nach C1 kommen, hier diverse Tempi noch gewinnen wieder und Schwarz hat einfach das Problem, dass er sich nicht so richtig entwickeln kann. Läufer D6, um dieses Feld abzusperren und gegen Gabeln sich zu schützen quasi, hat eben das Problem, dass die Dame hier so ein bisschen in Bedrängnis kommt. Wir entwickeln unsere letzte Figur mit auf E2, greifen den D4 nochmal an, denn durch diese Fesslung des Läufers gegen die Dame, ja, jetzt droht er schon Ungemach für Schwarz und wenn er sich zu Ende entwickelt mit Springer G nach E7, sehen wir, dass die Dame jetzt hier doch Probleme hat und der schöne Zug B2, B4 eine Ablenkung in allen Formen und Farben darstellt. Nun, die Dame ist angegriffen, der Springer deckt den Bauern, das ist gut. Die Dame hat im Grunde überhaupt kein Feld mehr, nur noch dieses C6 als letztes Feld, dadurch ist der D4 zum Beispiel nicht mehr gedeckt und wir können hier auf D4 schlagen jetzt durch diesen Zwischenzug B5 greifen wir wieder die Dame an, die Dame hat wieder nur ein Feld und dadurch bekommen wir das nächste Tempo wieder auf die Dame, die Dame hat im Grunde keine Felder mehr, nur noch das Feld A3, aber dann nach dem Damentausch wird eben auch dieser Läufer hier abgelenkt vom Feld C7 und wir können diese Gabel geben. Material gewinnen und Material gewinnen. Das zum Beispiel als eine Variante. Dann schauen wir nochmal, wenn Schwarz nicht Springer D4 spielt, sondern erst zum Beispiel Dame D6 spielt, dann gibt es natürlich wieder dass dieser Punkt F7 ungedeckt ist und dann mit dem schönen Zug Springer C7 Schach erzwingen wir Dame rechts C7 Läufer F7 und dann Läufer G8 Jetzt haben wir unsere Figur zurückgewonnen Der König auf D8 steht natürlich völlig im Hemd mehr oder weniger im Zentrum und selbst so ein Zug wie Springer D4 ist schon nicht möglich weil die weiße Entwicklung geht natürlich auch super schnell weiter mit Läufer G5 und Turm D1 und so weiter und so ein Zug wie Springer D4 der jetzt zugegebenermaßen nicht der beste ist aber soll mal demonstrieren dass hier sofort die Gefahr droht denn auch dieses Läufer E7 der einzige Zug auf König E8 käme Dame F7 und hier ist nach dem Tausch dass hier auch die Dame reinkommt und König auf die C-Linie getrieben wird und Turm C1 mindestens mal die Dame gewinnt vielleicht kann man hier auch noch irgendwie auf Max spielen aber wenn wir jetzt mal zur Stellung hier zurückgehen objektiv Springer D4 war natürlich jetzt nicht gut aber grundsätzlich der König hier auf D8 steht natürlich super in der Mitte Schwarz hat kein Material dafür mehr dass der König hier so leiden muss und deswegen das ist alles in Ordnung deswegen dieses E7 E5 super gefährlich wir schauen uns mal ein zweites Beispiel an das wenn hier in unserer Ausgangstellung nach Springer C3 D6 kommt Läufer C4 und jetzt zum Beispiel E5 wieder dieses Feld D5 wird geschwächt diese lange Diagonale wird geschwächt gefährlich auch ein Springer Zug nach F3 sehr natürlich und hat schon die Drohungen über G5 nach F7 so Lever mäßig und wenn ich hier mit H7 H6 versuche dieses Feld hier zu kontrollieren dann schlägt schon ein wir gucken noch einmal ganz kurz hier geht auch wieder dieser Zug Läufer G4 nicht mit der Hoffnung auf Fesslung denn das kennen wir bereits von eben wenn der Läufer auf G4 auftaucht wir haben hier einen Läufer stehen der Läufer G4 ist ungedeckt geht natürlich Läufer F7 und dann Springer E5 weil wieder die Dame ungedeckt ist immer die gleichen Motive die wiederholen sich aber das ist ja auch gut haben wir der Versuch H7 H6 aber auch nicht gut immer noch keine Figur entwickelt und jetzt kann man schon mit taktischen Mitteln Läufer Schlägt F7 spielen dieses Beispiel hätte ich vielleicht auch bei Läufer Schlägt F7 nehmen können aber passt natürlich zur E5 besser was ist hier die Taktik nun wenn der König den Läufer Schlägt dann können wir Springer Schlägt E5 spielen und wieder auf D8 ungedeckt steht und jetzt hat Schwarz mehrere Möglichkeiten er kann sich drehen und wenden wie er will die Stellung ist bereits verloren und zum Beispiel König F6 Dame F3 Schach und versucht den König raus zu locken aus seinem Lager und Dame F7 als Schlüsselzug den müssen wir uns dann merken denn verhindert die Rückkehr des Königs ja und hat der König nur noch ein Feld hier auf D4 und der kommt immer weiter nach vorne hier stehen so viele weiße Figuren das wird immer matt werden als Beispiel F6 F4 Schach König und jetzt Springer E2 Schach und dann Springer G3 Schach verhindert die Flucht über F5 der König muss hierhin Läufer E3 Schach wieder mit Tempo ihr seht immer mit Tempo 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 und damit C4 wieder schöner Zug einfach den König auf der vierten Reihe abschneiden oder von der vierten Reihe abschneiden und jetzt droht zum Beispiel so ein Zug wie Springer F1 Also ich denke E7 E5 sollte kein Problem für weiß darstellen Als nächstes schauen wir in das Kapitel wenn Schwarz zu früh den Springer von G8 nach F6 entwickelt und hier haben wir in unserem ersten Beispiel nach den Standardzügen Läufer C4 wir erinnern uns an Kapitel 4 wo hier Springer F6 kam und weiß durch E4 E5 diesen Springer angreifen konnte und Schwarz das Problem hatte dass der Bauer nicht schlagen konnte wegen Läufer F7 ok aber was ist mit dem Zug D6 D5 und jetzt sehen wir weiß könnte natürlich jetzt diesen Bauern hier einfach auf D5 gewinnen und seinen Bauern zurück gewinnen aber das ist natürlich nicht der Sinn eines Gambits und jeder Tausch von Figuren würde den schwarzen entlasten es gibt hier einen viel stärkeren Zug hier nämlich B5 Schach und da der Springer auf F6 der immer noch angegriffen ist geht der hier zurück und jetzt folgt ein für Angriffsspieler hoffentlich relativ normaler Zug ein Schemazug ein Standardzug der uns in Fleisch und Blut übergehen sollte dieses Hemmungsopfer E5 E6 jetzt tun wir zum einen hier den F-Bauern damit die schwarze Königstellung auf dieser Diagonale nach H5 und legt auch noch den E7 Bauern hier fest dass der Läufer F80 nicht entwickeln kann nach dem Schlagen weil er muss ja schlagen weil der Springer hier angegriffen ist F-E kommt eben Dame H5 Schach und Dame E5 und jetzt sehen wir dass neben dem Turm auch noch der E6 Bauer angegriffen ist und Schwarz hat gar keine Chance aus zu dem Turm wegziehen Dame Schlecht E6 greift den Turm wieder an hier sehen wir bereits jetzt könnte Weiß ja immer noch diesen Bauern zurückgewinnen aber immer weiter entwickeln und neue Drohungen aufstellen abgesehen davon dass natürlich hier das schwarze Bild so ein Bild das ein bisschen des Jammerns darstellt er kann sich einfach überhaupt gar nicht entwickeln nach so einem Zug wie A6 folgt dann bereits Springer G5 und wir drohen Dame F7 und Schwarz hat das Problem dass er das gar nicht abwehren kann und selbst der Damen Zug um Fluchtfelder für den König zu kreieren zum Beispiel dahin scheitern immer an Springer E6 mit matt nicht nur dass die Dame jetzt hier weg ist das einfach auch matt selbst wenn die Dame nach A5 oder wo ich noch immer ginge würde das gleiche Prinzip kommen denn dieser Springer deckt ja auch noch das Feld C7 als Fluchtfeld ab ja ihr seht ja auch das das geht einfach gar nicht dieses ganz ganz frühe Springer F6 im nächsten Beispiel schauen wir uns nochmal die Ähnlichkeiten zu Kapitel 5 an hier wurde erst Springer C6 zwischengeschoben aber jetzt kam wieder Springer F6 und auch hier wieder die Taktik mit E4 F5 wir erinnern uns aus Kapitel 5 hier ist aber noch ein kleiner Unterschied nämlich dass die Züge Springer F3 und Springer C6 eingeschoben sind und Schwarz hier mit Springer G4 spielen kann und jetzt vielleicht seinerseits den E5 angreifen kann aber auch hier ich hoffe jetzt mittlerweile die Standardzüge das ist das schöne am Morrogan mit wir haben sehr viele Schema Standardzüge der Zug E5 E6 als Hemmzug als Standard Hemmopfer quasi und legt hier diesen diesen Bauern wieder fest und unterbricht hier wieder diese Diagonale und so weiter und nach F kommt Springer G5 und wir greifen den E6 an wir greifen jetzt mit der Dame den Springer auf G4 an der muss sich jetzt hier in irgendeiner Form retten und wir schauen mal wenn er nach E5 ginge könnten wir trotzdem auf E6 schlagen und wenn es zu einer solchen Stellung kommt sehen wir dass der König in der Mitte bleibt der weiß feldige Läufer verhindert quasi die Rochaden in beide Richtungen weiß wird hier gleich rochieren können und selbst wenn hier kein forciertes Matt drin ist aber hier stehen wir einfach sehr gut und sehr angenehm und wenn der Springer nach F6 geht dann schlagen wir trotzdem auf E6 und die Stellungsbilder ähneln sich auch hier unser König ist in Sicherheit und dieser Springer hier auf E6 natürlich ein Monster ständig die Rochade die Gabel diverse Gabeln drohen diese Oktopus Springer hier und um den los zu werden muss Schwarz den tauschen und dann haben wir die gleiche Problematik wie eben dass dieser Läufer hier einfach super steht und der schwarze König in der Mitte verbleibt ohne Entwicklung und ein Beispiel aus einer Partie von Damiljanovic gegen Deskur Schwarz versucht Springer D7 um die lange Rochade vorzubereiten aber Springer D5 kommt und das hat einen taktischen Grund wieder denn wenn Schwarz jetzt in der Partie Dame D8 gespielt und wenn er jetzt hier die lange Rochade machen würde sehen wir die Dame kommt jetzt hier nirgendwo mehr zurück durch den Springer D5 und wir haben die Taktik B4 und jetzt haben wir mit der Dame schlicht und ergreifend keine Fehler mehr wenn der Springer dem Bauern schlüge käme Läufer D2 und wir sehen einfach diese Fesslung Figur Weg Situation und wenn die Dame zurück geht irgendwo anders hin die hat ja nur noch A6 als Feld dann spielt Weiß A4 und es droht jetzt hier B5 Mietergabe zum Beispiel und ihr seht der schwarze König ist auch nicht wirklich in Sicherheit hier und die Dame auch nicht und so weiter deswegen ging die Partie auf D8 zurück aber auch hier folgt B4 und wir sehen Weiß entwickelt bereits die Initiative treibt die schwarzen Figuren auf schlechte Felder und die weiße positionelle Überlegenheit ist hier quasi erdrückend sozusagen alles entwickelt und bei Schwarz nichts entwickelt in der Partie versuchte Schwarz G6 aber nach B5 und Turm zu 1 gab er einfach auf die Gabe auf C7 ist nicht zu verhindern respektive natürlich hier auch wegen dem Turm Verlust aber wir sehen einfach die Überlegenheit der weißen Figuren Entwicklungsvorsprung Aktivität und so weiter also das ist ganz kritisch und dann in unserem letzten Beispiel mit diesem ganz frühen Springer F6 versuchen wir nochmal wenn Schwarz etwas typischer spielt nämlich mit E6 A6 damit C7 das sieht schon eher so nach typischen Schema Morra Gambit Stellungen aus weiß rockiert A6 und die Dame geht auf das typische Feld E2 macht Platz für den F-Turm dass er nach D1 kann die Dame auf C7 bedeutet dass wenn unser Läufer hier gleich weggezogen ist dass der Turm von A1 nach C1 geht um auf der C-Linie schon mal die Drohung zu haben und hier haben wir zum ersten Mal so einen kleinen Eindruck davon wie es im Baucher Gambit häufiger passieren hier sollte Schwarz auf jeden Fall den Zug D7 D6 spielen um das Feld E5 eben zu kontrollieren macht er das nicht und spielt sofort Springer F6 dann haben wir den typischen Morra Zug E4 E5 dieser Bauer den kennen wir mittlerweile der sorgt für Raumvorteil der vertreibt die schwarzen Figuren wir haben hier weitere schöne Zentrums Felder vielleicht für den Springer mal wir Raumvorteil vor allem und nach Springer G4 scheint es ja so dass Schwarz diesen Bauern E5 angreift dreimal aber dann decken wir den eben ein drittes mal und drohen jetzt mit H3 diesen Springer dass der hier irgendwie auf Abwege gerät dass er hier nach H6 muss wo wir ihn zur Notzeit schlagen können und hier spielt Schwarz F7 F6 ein interessanter Zug aber auch sehr sehr lehrreich zum einen greift Schwarz jetzt zum vierten mal diesen Bauern E5 an ok nochmal denken ok dann würde hier viel getauscht werden es gibt hier einen Zug den wir jetzt kennenlernen und Moraga Mitspieler werden ihn hoffentlich schon ähnen oder kennen wie auch immer ein typischer Schemazug wenn die Dame auf der E-Linie steht dann ist der Zug Springer D5 immer zumindest eine Überlegung wert der Springer greift die Dame an das heißt wir gewinnen ein Tempo und grundsätzlich sehen wir jetzt zum Beispiel bei der Annahme dieses Opfers E mal D dass eben die Dame auf der Linie des Königs steht und jetzt könnte Schwarz nämlich mit E schlägt F6 ein Schach geben und einen Abzug Schach gleichzeitig mit dem Läufer die Dame angreifen und dann würde weiß die Dame gewinnen also dieses Springer D5 hier schon sehr trickreich vor allem weil es Tempo ist die Dame muss also ziehen und ja wo soll die Dame hin schauen wir mal nach A5 dann können wir hier eben einfach auch auf F6 schlagen und im Zusammenspiel mit dem Läufer droht die Springer Gabel auf C7 und wir drohen hier auch noch weiter zu schlagen Material König in der Mitte alles öffnet sich das muss gut sein für weiß wenn die Dame aber nicht nach A5 geht sondern zum Beispiel nach B8 dann sehen wir dass dieser Springer zusätzlich auch noch den eigenen Läufer auf F4 deckt und wir auch wieder hier auf F6 schlagen können und schwarz könnte noch die Figur zwischen ziehen aber ihr seht die Stellung öffnet sich das muss gut sein für weiß dann sind unsere taktischen Fähigkeiten gefragt und hier können wir einfach schlagen und jetzt können wir hier auf G7 schlagen und nach Turm G8 Turm AD1 sehen wir dass die weiße Stellung hoch überlegen ist der König kommt nicht mehr zur kurzen Rochade wird auch nicht mehr zur langen Rochade kommen diverse Abzug Schachs drohen und immer noch die Dame auf der E-Linie fesselt diesen E-Bauern das ist furchtbar und selbst wenn weiß direkt Turm der einspielt die Dame muss trotzdem weg ziehen weil und wenn der König jetzt hier rauch hier würde käme hier dieses Abzug Schach mit dem Turm Angriff auf die Dame und dem Schach und wir würden die Dame gewinnen das heißt Schwarz kann hier auch nicht rauch hier muss die Dame weg ziehen und dann können wir immer noch auf G7 schlagen und wir sehen es einfach eine hoffnungslose Stellung für Schwarz als Beispiel die Partie von Meyers gegen Rutter kam hier H3 vertreibt den Springer der auch noch das Feld F6 decken muss damit unser Springer von D5 nicht auf F6 diese schöne Gabel Läufer zurück kein Problem jetzt muss der Springer ziehen nach einmal tauschen haben wir diverse Möglichkeiten wir könnten hier diese Gabel geben wir könnten hier aber auch diese Schacht geben und dann auf F6 Schacht geben und weiß gewinnt natürlich das Ende der Partie war noch ganz nett dass nach Dame H6 decken diesen bauen und Schwarz dachte kommt vielleicht Damen Tausch aber jetzt wieder ein schöner taktischer Schlag nämlich mit Läufer E6 beendet die Partie hier hat Schwarz aufgegeben weil er muss ja quasi den Läufer schlagen und dann Turm D8 und dann kommt D8 auch hier wir haben gesehen dieses ganz frühe Springer F6 rennt meistens in irgendwelche Taktiken rein in Verbindung mit E4 E5 und Läufer F7 wir sehen auch hier wieder alles harmoniert zusammen aus weißer aufpassen mit Schwarz und jetzt schauen wir uns noch dass die Thematik wenn Schwarz mit Läufer B4 spielt und unseren Läufer hier raustauscht auf C3 an das ist das nächste Kapitel ok dann schauen wir die normalen Anfangszüge kennen wir jetzt mittlerweile und wenn Schwarz sich irgendwann mit E6 und Läufer B4 aufbaut grundsätzlich will Schwarz natürlich möglichst schnell die Figuren entwickeln das ist gut und vielleicht auch mal durch den einen oder anderen Tausch seine Stellung entlasten denn er hat ja etwas weniger Raum auch das ist grundsätzlich nachvollziehbar aber dieser Läufer B4 erstens steht er da nicht gut weil er potenziell auch mal Angriffen ausgesetzt sein könnte durch Dame B3 oder ähnliches zum zweiten ist dieser nach der Rochade ist dieser Springer auch nicht mehr gefesselt aber grundsätzlich dieser Tausch auf C3 ist einfach auch nicht gut denn die schwarzen Felder sind einfach super geschwächt und da kann Weiß mit seinem Läufer entsprechend Druck machen wir schauen uns mal Beispiele an wenn Springer Ge7 dann kommt der Läufer nach A3 und auf dieser Diagonale wirkt er natürlich super also grundsätzlich wenn der Springer nach F6 spielt erstens könnte ich typischen Mora Zug spielen ich könnte hier aber auch schon direkt Läufer A3 die Rochade verhindern langfristig und deswegen ging der Springer nach E7 nach Läufer A3 was soll man machen als Beispiel wenn der Schwarze hier rochiert dann kommt die Dame und wir sehen hier einen super Grip auf den schwarzen Feldern und auch wenn wir nicht konkret jetzt in dem Augenblick drohen dass wir Material gewinnen oder dass wir matt setzen gar der Druck auf der schwarzen Stellung die Unterentwicklung ist sehr sehr unangenehm zu spielen für schwarz zum Beispiel das weiß jetzt zentralisiert wie immer die Türme ins spiel bringt und jetzt droht zum Beispiel Läufer B6 und auf B5 ziehen wir den Läufer einfach zurück und wir haben die Problematik dass wir mit schwarz nichts mehr ziehen können ohne diesen Bauern auf D7 wieder abgeben zu müssen wonach weiß zumindest das Läufer Paar hätte und etwas mehr Raum diesen schönen schwarzfälligen Läufer auch immer noch hat zum Beispiel auf Läufer B7 Dame D7 und leichter Vorteil für weiß warum kann er nichts anderes ziehen warum kann er nicht zum Beispiel Turm E7 spielen das geht dann schon meistens aus taktischen Gründen nicht hier in dem Fall kann weiß auf C6 diese Fesselung hier nutzen und so würde er gewinnen ja wir haben so einen ersten Eindruck wenn schwarz diesen E3 tauscht dass unser Läufer über A3 zum Beispiel auch vielleicht auch über F4 auf diesen schwarzen Feldern mächtig Druck machen kann und da möchte ich euch noch eine zweite Partie zeigen zweites Fragment und zwar auch hier baut sich schwarz wieder mit E6 auf und Läufer B4 hier schiebt er noch A6 ein aber das Grundprinzip wenn er irgendwann mit Läufer B4 spielt und vor allem wenn er hier irgendwann tauscht auf C3 das unter Standardzug kennen wir dieser Tausch ist einfach nicht gut weil die schwarzen Felder natürlich hier überall Löcher wie Schweizer Käse G6 Läufer A3 und dann stellen wir unseren Läufer hier rein zementieren den da und wieder nicht zur Entwicklung wir können hier mit diversen plänen hier versuchen weitere schwarzfällige schwächen zu kreieren mit der Dame auf die schwarzen Felder dann überführen und Angriffe starten das ist sehr einfach und sehr leicht zu spielen und schwarz hat das Problem dass er überhaupt nichts droht nichts ziehen kann und das ist sehr sehr unangenehm also dieser Plan mit Läufer B4 und Läufer C3 den sollten wir mit weiß überhaupt nicht fürchten auch wenn es vielleicht nicht konkret mit Matt geht aber dieser schwarzfällige Läufer ein Tier So und zu Letzt wollen uns noch ein zwei Miniatur Partien anschauen um einen Gesamteindruck zu bekommen was so in Partien in der Praxis so alles passiert ist Nun im ersten Fragment das wir uns hier anschauen Soweit alles gut eine Partie aus dem Bereich mit E7 E5 Läufer C4 das kennen wir F3 alles gut und schwarz spielt B7 B6 auch das ist einfach zu langsam diese Entwicklung dass man hier erst entwickeln will es funktioniert alles nicht die weißen Felder sind super geschwächt und es kommt Dame D5 mit Angriff auf F7 rot matt das ist schon schwierig abzuwehren bleibt nur Dame E7 und dann kommt ein schöner taktischer Schlag Springer schlecht E5 und der nutzt einfach diese Fesslung auf dieser Diagonale dass der Springer auf C6 gefesselt ist wenn der Schlüge auf A8 schlagen es hängt zwar unser C4 aber dann würde eben auch der C8 hängen mit Schach und dann würden wir den sogar wieder zurück gewinnen und das ist natürlich ein Materialvorteil schon für weiß und wenn Schwarz mit der Dame hier auf E5 Schlüge dann wäre der F7 wieder ungedeckt und nicht nur dass der F8 würde fallen wir bekommen unser Material zurück und geht schwarz hier nach C7 kommt Läufer F4 mit diesem Spieß wir sehen das kann sehr sehr schnell gehen diese Fallstricke überall ich habe euch noch mal eine zweite Miniatur mit gebracht auch hier wieder 6 guter Zug D6 grundsätzlich nicht schlecht A6 F6 jetzt bekommen wir so langsam ein Gefühl dafür A6 D6 jetzt ist glaube ich E6 der Hauptzug der Theorie aber das die typischen Aufbauten für die Weißen dass der Läufer hier und die Türme hier wir sind hier kein Theorie Buch in dem Sinne aber hier könnte schwarz auch Läufer G4 spielen und die Idee ist weiß macht die normalen Standardzüge in Anführungsstrichen und schwarz möchte mit Springer E5 diese Fesslung hier ausnutzen und auch noch diesen Läufer angreifen aber hier hoffe ich dass wir einen taktisch einen einfachen Schlauen einfach ist übertrieben wenn man es kennt wenn man es sieht ist es immer einfach aber der Zug Springer schlecht E5 gewinnt eine Figur denn wenn die Dame hier Schlüge würde Läufer F7 Schach und Macht sein weil der Springer dieses Feld H5 was ja jetzt hier den Bauern deckt und jetzt ist der angegriffen und die Dame ja auch immer noch und der Turm dahinter was tun ganz einfach wir entfernen den Verteidiger von H5 drohen Dame F7 und auf Springer schlecht H5 für Läufer F7 kommen wieder mit Schwach Matt ihr seht es gibt unglaublich viele Fallstricke unterwegs bis zu den normalen Strukturen die wir dann als fortgeschrittener Spieler irgendwann öfter erreichen werden ich darf an der Stelle einfach nochmal ganz kurz auf mein Video zur sibirischen Falle hinweisen da haben wir dann schon einige Muster mehr erklärt etwas fortgeschrittenere Muster und ansonsten habe ich noch einen Link zu dieser Studie unter dem Video verlinkt da könnt ihr euch gerne mal reinschauen hier habe ich auch noch noch 1-2 mehr Beispiele die ich jetzt hier nicht mehr zeigen möchte damit das Video nicht zu lang wird da könnt ihr euch in Ruhe austoben und einfach nochmal nachfragen und gucken ausprobieren so in dem Sinne sind wir für heute zu Ende ich hoffe ihr konntet ein bisschen was lernen und was mitnehmen was taktische Motive im Moragam angeht dann sage ich besten Dank fürs zuschauen lasst gerne Like da wenn ihr mögt und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder schön dass du so viel spaß hattest mit diesem video wenn du den kanal noch nicht abonniert hast dann hol das doch jetzt bitte nach ansonsten habe ich